Sie erleben jetzt den Abendsegen aus Engelbert Humperdings, Opa Hänsel und Gretel. Bearbeitet für vier Celli, gespielt von vier Cellisten unseres Orchesters, Arthur Hornig, Johannes Petersen, Stefan Buchmüller und Ulrike Seifert. Ulrike Seifert selbst hat dieses Arrangement bearbeitet. Hänsel und Gretel im Wald allein schlafen ein und beten, dass die Engel, 14 Engel sollen es sein, um sie herum Aufstellung nehmen und sie des Nachts bewachen. Einer der zentralen Momente der Oper. Diese vier Celli übernehmen jetzt die Melodie und besingen eben diese 14 Engel, die um die zwei Kinder herum Platz nehmen. Der Abendsegen aus Engelbert Humperdings, Hänsel und Gretel. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018